Guten Morgen, ich hoffe, Sie sind genauso gespannt wie wir auf das heutige Training hier auf dem Shanghai International Circuit. Jo, servus Leute, herzlich willkommen zum nächsten Teil Formel 1 2017. Wir sind in China beim Shanghai Grand Prix und sind im ersten Training. Und dort wollen wir natürlich gleich mal rein starten, wählen uns unser Setup aus und dann geht es auch gleich mal auf die Strecke, würde ich sagen. So, das Setup ist ausgewählt, wir sind oder sollten ganz gut vorbereitet sein, denke ich mal, für das erste freie Training. Wir haben natürlich wieder die Trainingsprogramme am Start und fangen einfach mal an mit der Streckenaklimatisierung, wie wir das jedes Mal machen. Und würde sagen, gehen wir einfach mal in die fliegende Runde und ich zeige euch die beste Runde, die wir hier abgeliefert haben. So, wir sind in der zweiten Runde und hier geht es natürlich wieder darum, bei der Streckenaklimatisierung die Tore möglichst gut zu treffen. Das bringt uns möglichst viele Punkte und dementsprechend müssen wir dann auch relativ schnell sein. Also, wir sollten da nicht mit, was weiß ich, 50 kmh durchfahren, sonst gibt es nur grüne Felder, anstatt die pinken bzw. die lila nennen, die wir brauchen. Und die wir jetzt auch in fünf Streckenabschnitten von sechs bisher bekommen haben. Also, sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg, hier in dieser Runde einen richtig guten Wert zu erreichen. Den haben wir jetzt leider ein bisschen verpasst, nächster, damit ist der nächste Punkt nur grün und auch hier holen wir uns erstmal nur einen grünen. Im nächsten gibt es allerdings nur wieder einen lilanen und das sollte dann auch ein richtig guter Wert werden für das Training. So, jetzt geht es auf die lange gerade, hier leider nur grün bekommen. Gleich die DRS-Zone perfekt treffen, jawohl, haben wir geschafft. Dann rechtzeitig auf die Bremse, Kurve im Punkt, gut erwischen, haben wir gemacht und ja, die letzten leider nicht ganz gut. Dann geht es zurück auf Start und Ziel und da drehen wir uns leider ein bisschen weg und damit war es das dann auch für dieses Trainingsprogramm. Damit haben wir eigentlich eine gute Runde weggeschmissen leider, aber die Punkte sind trotzdem ganz gut. Wir fahren ja natürlich noch über die Start-Ziellinie. Müssen uns erstmal ein bisschen erholen nach unserem Dreher. DRS-Zone nehmen wir natürlich nochmal mit, treffen wir nochmal ganz gut und damit gehen wir mit 420 Punkten in die nächste Trainingssitzung, würde ich sagen. 30 von 50 Punkte in der Streckenakklimatisierung als nächstes ist das Reifenmanagement auf dem Plan. Gehen wir direkt mal in die fliegende Runde und schauen mal, was wir dort rausholen können. Vielleicht im Idealfall direkt mal im ersten Versuch eine gute Runde hinzuhauen. Ja, natürlich direkt nach dem roten Ampelstart, wie es meistens so ist, wenn man mit Lenkrad spielt, gehen wir erstmal ins Gras. Deswegen ist es eigentlich immer besser, wenn man rausfahren wählt statt fliegende Runde, weil irgendwie ist da im ersten Moment die Lenkradkalibrierung noch nicht so on point. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal auf die Start-Zielgerade und beginnen unsere Runde. Hier ist natürlich wichtig, die angeballte Rundenzeit zu schaffen und eine gute oder sehr, sehr geringe Reifenabnutzung zu haben. Das wäre dann im Idealfall im lilanen Bereich. Aktuell befinden wir uns im grünen Bereich, was auch noch okay ist, was eine durchschnittliche Reifenabnutzung wäre. Ja, da haben wir uns ein bisschen verbremst, das kostet natürlich auch ein bisschen Reifen. Aber die Rundenzeit ist komplett im Rahmen, wir sind schon 6 Zehntel schneller. So, jetzt geht es hier leicht rechts auf die langen Gerade. Ab hier wird Vollgas gegeben. Hier nochmal kurz, muss man nochmal kurz lupfen, weil sonst wäre es wahrscheinlich nach draußen gegangen. Aber wir sind sehr gut unterwegs hier. Sind fast eine Sekunde oder mehr als eine Sekunde schneller als die angefallte Rundenzeit. Und sind voll im Soll, was die Reifenabnutzung angeht. Das sollte auf jeden Fall dann reichen, damit wir hier das Trainingsprogramm schon in der ersten Runde absolvieren können. Spart natürlich auch ein bisschen Ressourcen. Unser Motor ist schon auf gelb, also da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir den im Qualifying dann nicht mehr einsetzen und im Rennen. Dann geht es nochmal auf Stadt und Ziel und wir haben das Reifenabnutzungsprogramm absolviert erfolgreich. Und können damit auch in die Box gehen. Zurück an der Box ist natürlich das Benzinsparen als nächstes eine Reihe. Da werden wir auch direkt mal reingehen. Und hier auch hoffentlich ein gutes Programm absolvieren. So, hier gilt es jetzt das Treibstoffmanagement gut zu handeln, also nicht so viel Sprit zu verbrauchen und trotzdem die angefallte Rundenzeit zu erreichen. Das Ganze sehen wir natürlich wieder oben mit unserem kleinen Treibstoffbalken. Balkenrot wäre schlecht, grün wäre erreicht und ja, lila wäre sozusagen übertroffen oder das Beste, was man hier erreichen kann. Wir sind aktuell im grünen Bereich. Die Rundenzeit allerdings noch nicht so ganz im Soll, da müssen wir ein bisschen zulegen, um das dann auch über die Ziellinie zu bringen und das Programm erfolgreich abzuschließen. Jetzt sind wir wieder knapp zwei Zehntel im Plus, was die Rundenzeit angeht. Und Treibstoff ist auch noch im grünen Bereich. Vielleicht kommen wir da noch in den lilanen, aber bleibt abzuwarten. Wir haben natürlich noch die lange Gerade, da können wir dann vielleicht ein bisschen Sprit sparen. So, lange gerade. Auf die Bremse ein bisschen rollen lassen. Wir sparen natürlich auch Treibstoff. Und unsere Rundenzeit wird ziemlich eng werden, aber ich denke mal, wir können es schaffen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr eng und ja, wir schaffen es. Ein gutes Benzinmanagement und ich denke, damit können wir dann auch zufrieden zurück an die Box. Zurück an der Box zum zweiten Training schon. Die erste Session konnten wir mit dem 16. Platz beenden. In der zweiten Session wollen wir uns dem Qualifying Tempo widmen. Und ja, während der Training Session sollte eine Wetteränderung erwartet werden. Da sollte es auf jeden Fall des Regnen anfangen. Deswegen mussten wir auf jeden Fall mal schnell auf die Strecke und eine schöne Runde hinlegen. Und los geht's mit unserer Runde hier im Qualifying Trainingsprogramm, wo auf jeden Fall das Ziel ist, die angepeilte Rundenzeit von 1.41.2 zu erreichen. Das wäre der 17. Platz prognostiziert. Und da wollen wir natürlich deutlich drunter landen, um auch mal einen richtig guten Startplatz möglicherweise dann im Qualifying rausfahren zu können. Also heißt es jetzt hier auf jeden Fall mal Gas geben und eine gute Zeit zu erreichen. Ich stelle den Motor auch mal auf Fett bzw. das Benzingemisch auf Fett, um noch ein bisschen mehr Leistung rauszuholen aus dem Auto. Auf jeden Fall eine ganz enge Geschichte hier. Als wir auf die lange Gerade einbiegen, haben wir knapp einen Zehntel Vorsprung auf die angepeilte Rundenzeit. Also da müssen wir auf jeden Fall jetzt nochmal was rausholen auf der langen Geraden. Hoffentlich, ja und da geht die Zeit auch schon nach unten. DRS rechtzeitig aufgemacht. Jetzt sind wir dann auch schon drei Zehntel unter dem Delta. Ah, das sieht jetzt ganz gut aus. Denke ich mal jetzt den Bremspunkt rechtzeitig erwischen. Sieht ganz gut aus. Die Linie ganz gut getroffen. Herausbeschleunigen nochmal in die letzte Kurve hinein. Richtig auf die Bremse. Gut erwischt eigentlich. DRS nochmal an und dann gehen wir über die Linie. Haben unser Ziel erreicht. Und können dann das letzte Trainingsprogramm angehen. So und damit sind wir im dritten Trainingsprogramm hier am Shanghai International Circuit. Das letzte Programm ist die Rennstrategie. Und ihr seht schon, wir haben hier Regenreifen bzw. Intermediates am Start. Das heißt, wir werden hier das erste Mal richtig mit Intermediates im Regen fahren. Und damit geht es auf unsere erste Runde hier im Rennstrategieprogramm im Regen. Hier müssen wir auf jeden Fall mal die angepeilte Rundenzeit von 1,555 erreichen. Das ist die Regenzeit. Und da sind wir im ersten Sektor natürlich schon mal deutlich schneller. Also das sollte denke ich mal kein Problem sein. Und müssen natürlich auch insgesamt fünf Runden hier zurücklegen in diesem Programm. Um es schlussendlich dann erfolgreich abzuschließen. Und damit springen wir dann auch schon in die Runde Nummer 4. Wo wir hier eine relativ gute Zeit fahren. Es sieht ganz gut aus, dass wir hier auch die angepeilte Rundenzeit erreichen können. Gutes Tempo. Damit haben wir dann auch das Rennstrategieprogramm abgeschlossen. Und können zurück an die Box gehen. Wobei uns hier nochmal ein neues Ziel vorgeschlagen wird. Aber das lassen wir denke ich mal aus. Weil wir natürlich auch ein bisschen unsere Ressourcen sparen wollen. Und ich denke mal 40 von 50 Punkten sind ganz in Ordnung. Und damit können wir zufrieden sein. Wir versuchen es natürlich nochmal hier eine gute Zeit rauszufahren. Aber die Streckenbedingungen lassen natürlich auch nach. Beziehungsweise die Reifen lassen nach. Und das Wetter wird auch etwas schwieriger. Hier merken wir das dann auch schon. Und da schmeißen wir die Runde eigentlich weg. Und damit können wir das letzte Programm dann auch beenden. Und damit zurück in der Box. Wir haben den siebten Platz rausgefahren. Unser Teamkollege Carlos Sainz zu diesem Zeitpunkt noch auf drei. Und damit entschließen wir uns die Session zu beenden. Und sind schlussendlich dann nicht mehr in den Top 10 gelandet. Sind ein bisschen weiter zurückgefallen. Carlos Sainz dann auch noch auf neun. Also haben wir hier jetzt nicht geschlagen. Aber wir, oder es war ja nur das Training im Qualifying, wird es dann auf jeden Fall zählen. Und dann würde ich sagen, springen wir einfach mal weiter. Und sind mal gespannt, was fürs Qualifying von uns erwartet wird dieses Mal. Zunächst gibt es mal wieder die Ressourcenpunkte für die einzelnen Trainings, die wir abgeschlossen haben. So, das Ziel für die nächste Session im Qualifying ist der 13. Platz oder höher. Und Carlos Sainz zu schlagen. Ich bin echt mal gespannt, wie wir diesmal abschneiden werden. Das Ganze werdet ihr auf jeden Fall im nächsten Video sehen. Zu Formel 1 2017. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinschaut. Und einen Daumen da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und gerne auch ein Abo, wäre sehr, sehr geil von euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Euer Jules, haut rein.